RIP TV Spezial Plätzelfest 2012 Samstag, 18.08. Wahnsinnswetter, Plätzelfest und das Licht ist aus. Ja, das ist aber auch nicht gut. Und gleich wieder auch, denn wir haben eine Band, die ist jetzt heller leuchtet. Und zwar die Band, die glaube ich nach ACDC und Slayer am meisten gevotet worden ist auf Facebook für das Plätzelfest, Insanity. Ich stelle euch kurz mal vor. Ja, also wir sind Insanity, wir machen Coverrock, wir sind aus Südpfalz eigentlich gut gemischt und unser Sänger sagt noch mehr. Ja, hallo, ich bin der Sebastian, ich bin der Sänger, ich schreie immer rum und das finden die Leute manchmal klasse, manchmal vielleicht auch nett. Und ja, dann haben wir hier noch so andere Leute sitzen, die Musik machen oder versuchen müssen. Ihr könnt euch ruhig vorstellen. Ich bin die Madeleine, ich bin die Gitarre und bin zusammen mit Jasmin, die weibliche Fraktion unserer Welt. Ich spiele Markus, ich spiele eigentlich Bass, ja, aber heute, bei unserer Gitarischurlaub am Plätzelfest, muss ich heute Gitarre spielen. Ja, ich bin der Markus, ich finde die Basshuber heute nur, wenn es so aussieht. Ja, und wie es so oft ist, der Basshuber muss wieder stehen, das finde ich persönlich nicht so toll, aber Hauptsache das Schlagzeug, der darf sitzen. So, okay, euer Stilrichtung, habt ihr schon gesagt, das ist Coverrock. Wenn man euch im Netz sehen will, wo muss man klicken? www.insanity-band.de oder facebook.insanity. Genau. Dann würde ich sagen, schauen wir mal Insanity, jetzt bleiben wir ganz direkt auf die Finger und ihr, ihr das leider nicht mitgucken könnt, haltet auf die Homepage drauf, Insanity. So, come back, me! Ja, 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 ja.